Es ist Filmabend für Max und seine Freunde. Die Getränke sind kaltgestellt, die Häppchen auf dem Tisch, die Sitzplätze bereit. Heute hat Max aber eine Überraschung. Er hat sich für seinen Fernseher was Tolles bestellt. Die dynamische Hintergrundbeleuchtung von Insane Light bringt ein völlig neues Fernseherlebnis in dein Wohnzimmer. Ob Filme, Serien oder Spiele, dich erwarten neue Farbwelten, die du dir bisher kaum ausmalen konntest. Unsere Sets sind komplett vorkonfiguriert, verkabelt und von uns durchgetestet. Du brauchst nur die Kabel anzuschließen und schon kann es losgehen. Mit einer App für dein Smartphone kannst du auch viele weitere Einstellungen vornehmen. Die Ambilight Sets von Insane Light werden in Handarbeit hergestellt und verfügen über äußerst starke LEDs. Von uns kannst du regelmäßige Updates und einen zuverlässigen Support erwarten. Insane Light – Farben neu erleben.